Warum kommst du so gerne jetzt zum Trainieren? Ich komme gerne her, weil es um das Thema Fitness geht und das für mich die perfekte Ergänzung zum Alltag ist. Das ist so diese Kombination aus Kraft, Ausdauer und auch Koordination. Das macht einfach Spaß. Wo liegt der Unterschied zu einem normalen Fitness? Ich habe mir diese Frage auch gestellt vor drei Jahren, dass ich mir überlegt habe, soll ich in ein normales Fitnessstudio gehen oder hier zum Greg wechseln? Ich habe mir gedacht, ich probiere das mal aus, einen Monat lang. Das hat einfach so Spaß gemacht, dass das mittlerweile echt nicht mehr wegdenkbar ist aus meinem Alltag. Die Trainer, die einen bei jeder Bewegung korrigieren, was aus meiner Sicht wahnsinnig wichtig ist, der Spaß durch die Gruppe, durch die Community und die verschiedenen Übungen, jedes Training ist anders, das macht es für mich aus. Greg's Gym For a better way of life